1, 2, Mikrocheck, es geht wieder los und ich habe Bock, Gott, Newton wird dein Papier rockt und was ich verteilt ist, sind haute Schocks und wer ich gesteint hätte, dass sie schon lange die Cups verstopfte, ich gebe ne Penalty force und rappe dabei für meine Art Genossen und ich mache den Job und ich treffe dabei noch ganz genauer, denn wo dein Name auch steht, ein Rap sieht nach einer Schande aus, ich heiße ein Racer, die und hoffe ganze Mannschaften und jeder fragt, warum man mich doch nicht gekannt hatte, es kann schon sein, man hatte den Flow dann auch für unterschätzt und man wundert sich echt, denn was ich das bitte ist rundum fresh und ihr labert zu viel und ihr wollt gegen mich doch ein Battle, wir gehen doch fragen dann später wie ab drauf, wo sind jetzt die Rapper, himmophile, die nicht bringen, sie verschwinden schon nach einer Single, was die Spreche bringen, doch verglimmen mit den gleichgesinnten, doch ich rappe noch immer und habe die Spinner hier überlebt und schalte dabei auf die Hater, weil ich ohne Problem mehr trüe verstehe. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.